So... Mal Zeit! Wieso falle ich denn runter? Das ist mir nicht runtergefallen. Hallo, nimm mal rein hier. Ich falle hier auch wegen dem Levitieren. Mhm. Braucht man den Quatsch hier. Mhm. So. Tempelbund. Ich würde dir empfehlen, dass du mal schnell nachkommst. Schleunigst. Okay. Schleunigst. Hä? Ist das eine Berühre hier, ey? Ich sag mir vor, du musst echt durch so tausend Jahre altes abgestandes Wasser springen. Mhm. Komm. No, 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 no. Mhm. Weißt du, noch früher? Das waren noch Zeiten, als das noch so groß war hier, ne? Hm. Kann ich eigentlich auch besser? Warum haben sie diese verdammten Innis verkleinert, ne? Ja. Ja. So, lass mich mal ebenden mit den Lutern. Ach so, das war ein Rammob. Fühlt mir gerade angezeigt. Mhm. Mhm. Mal rin in die Pune hier. Hm? Hä? Oh nein, das sind ja alles Drachkind, stimmt ja. Mhm. Kannst du wieder Kirschnern. Oh Gott. Mhm. Wie ist das auch scheiße? Man bräuchte so einen Speed Kirschnern hier. Weißt du, so schnell wie du auch lootest und so. Mhm. Apropos looten, mach das mal. Mach ich doch. Ne, hier glitzert noch einer. Ja. Ja, das kann ich nicht, weil das für, äh, äh, mh, na, sag ich mal. Was sag ich mal? Für, Lederer, 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 Lederer. Links, rechts? Gibt's ja aus. Links. Wieso gehst du nur rechts? Nee, sie ist auch links. Ne, du gehst rechts. Eigentlich nicht. Hallo? Jetzt ist links. Eigentlich nicht. Oh mein Gott, die töten mich. Ich bin wieder. Ah, das gibt Leder. Ja. Ob ich auch mindestens auf eine Melon mag, wenn ich die verkaufe. Die Leder. Die Leder. Wenn ich die verkaufe, ja. Das war's noch gut. Bitte. Das ist wieder das Akzept. Sollte ich vielleicht mal erlernen? Mhm. Ich kann diesen Zauber nicht erlernen. Hab ich schon. Fuck. Mhm. Jetzt hab ich das zweimal. Da ging's ja nicht weiter, ne. Da ging's ja nicht weiter, ne. Schon weht. Ja, vor allem, ich kann das ja leider ja auch schon. Ja. Aber ich kann das nicht mal looten. Ne, jetzt hab ich das schon dreimal. Wunder mich, dass man das so oft aufnehmen kann. Ist das seelgebunden? Mhm. Wird beim Aufheben geboren. War das ein Verkaufspreis? Verkaufsleer? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub nicht. Ne, sieht auch nicht so aus. Also schmeiß's nachher einfach weg. Mhm. Da frag ich mich, warum kann ich das aufnehmen, wenn ich's doch eh schon beherrsche. So dumm. Mhm. So dumm. So dumm. So dumm. So dumm. So dumm, so dumm. Ich hab die Schlange gekettet. Das hat auch mal ausgemacht. Mhm. Warte mal, bis die Geister sterben. Mhm. Ungefähr jetzt. Schau, dass man die Trolle nicht häuten kann. Mhm. Mhm. Ich glaub, wir sind so brutal für das Spiel. Come on and get it. Move your ass. Ich geh hier raus. Mhm. 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 Ach, wie die da liegen. Oh! Hilfe! Oh ne, mach nicht, wie der irgendeine Scheiße jetzt hier ist. Der hat mich angegriffen. Ich bin außerreichend. Ich hab die ohne gepolt. Ich hab die ohne gepolt. Dankeschön. Ähm. Schon wieder. Schon wieder. Was schon wieder? Muster. Jetzt hab ich mittlerweile 50 Mal. Hm. Stimmt nicht. Aber viel. Kannst du die nicht. Ach ich. Gut. Das ist ja noch ein Traum-Sensor oder so. Hm. 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 Komm, bitte. Ich hab schon wieder dieses Verpacker bezeichnet. Ha ha ha. Danke. Das war's für heute. Weißt du, du nimmst die 30 Minuten auf, da waren so 15 Minuten ihr Leder, ne? Kirsch, ne? So. So. Das ist schon der Endboss. Na dann. Schuuuup. Gehtet. Danke schön. Nach dem kann man... Guck, der ist ja auch gar nicht da. Heh. Ahem. Ich glaub, wir müssen wir nochmal durch. Hey, halt doch mal auf mit dem Sheet hier. Heh. Heh. Man lasst ihn kack. Heh. Heh. Könste ja auch mal alleine machen, wenn ich das nicht mehr füllen kann. Heh. 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 Ich muss nicht mehr. Ich geh doch weiter. Ich geh doch weiter. Ja, ich muss ja erstmal hier... Ja, ich muss ja erstmal hier... Ach so. Ja. ... meinem Geschäft nachgehen. Die Kätzlegerhäuser. Um meine Lederhosen herzustellen. Ach so. Das ist cool, aber gleichzeitig nervt auch, wenn man sich so gezwungen fühlt, den Scheiß zu machen würde. Ich bin mir in derâuste, die Kätzlegerhäuser, die Kürze zu machen. S aquatic? Sagt so was? Dann kriege ich irgendwas. Guck. Sagt so was? Das ist sehr schön. ich bin ich bin nur kohle die wir können und ob das Wasser noch nie so wie ein Erfolg und ich kann nicht du weißt das noch nicht du kriegst auch teilweise echt nichts mit mir wir haben doch schon den Endbaus ist ja klar aber ich hab doch keinen Erfolg doch du hast den Erfolg bekommen echt ich hab's dokumentiert, ich hab's sogar beblüht und stück dazu ach oh ja was? so so das war gut dann müssen wir noch ein, zweimal hier durch ne? und dann sehen wir uns oberes Schwarzwertspiel zu bieten Juhu! Juhu! Bis dann! Mit denen!